Gut Will! Gut Will! Gut Will! Tja... Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Jungs, was geht? Du darfst sterben, Digga! Ich kann mich nicht... Hol ihn doch einfach lang, er hat doch noch keine Waffe! Sonst geht's euch aber gut, oder? Hä? Gib doch einfach einer Kill ein! Geht das hier? Geht nicht. Ähm... Ey, das ist ja total... Mach! Ähm... Habt einfach lang und Mitte, ich hab B! Was? Hä? Was passiert hier? Die können nicht moven! Das ist so bescheuert! Ey, das ist so bescheuert! Mein AB... Ah, ne! Äh... 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 Nein, Forus! Haltet bitte einfach! Ich kann nichts machen! Er kommt lang, er kommt lang! Äh... 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 Ich geh raus! Muss los machen! Noooo! Nice! Nice! Äh... Was zum Teufel? Äh... Muss los, oder? Hä? Warum denn Teufel? Ja, ist frei! Das war so logisch, Mann! Was ist das für eine Bombe? Naute! Ist ein Geschenk von mir! Er hat einfach ein Weihnachtsbagen! Kann ein Library kommen, ne? Naute! 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 Ja, er muss auf Sound spielen, deswegen sollten wir echt ein bisschen live sein! Schnauze! Seid doch mal ruhig, Alp! Ich hör nichts! Seid tot! Haltet die Schnauze! Tote Menschen leben nicht, ihr Hunde! Oh... Solving fire! Please! Wo? SMOKE! Ja, ja! SMOKE! Ich muss dich nicht sehen, ich muss dich fühlen. Was habe ich denn kassiert? Schieb mal eine Bombe. Ich habe mich erschrocken. Er kommt! Bitte klippt das Leute! Psst, komm mal mit. Oh nein, er ist schon wieder. Ock dich mal, ock dich mal dahin. Oh nein! Okay, das ist jetzt blöd gelaufen. Der hat doch geheiratet oder so. Da ist es so, oder? Ah, schade. Wo vorbei, na?